Nächste Runde. Immer noch dasselbe. Ich mag die Höhle nicht, ganz ehrlich. Aber Pendepot möchte ich nicht auch schon wieder. Mama mia, was sei das? Und, und, und. Ich wusste es, dass sie wieder im gegnerischen Team ist. Ich wusste es! Ja, zentrale Höhle. Das wird wieder schön. Warum nehme ich das überhaupt auf? Ich weiß es nicht. Naja, Punkte habe ich ja noch einigermaßen gut weggeholt in den letzten fünf Spielen. Immerhin! Ach da. Ich hoffe, ich werde mich heute noch ein bisschen steigern können. Das wäre schön wahrscheinlich. Dann, wenn ich aufhöre aufzunehmen, werde ich wieder besser. Dann gibt es wieder so ganz schöne Szenen. Hi, Jungs! Let's rock! Oh, Russian Tractor ist bei uns. Oh, Jacqueline ist auch mal bei uns. Hallo, Baby! Zum ersten Mal glaube ich, dass ich sie nicht als Gegner habe. Also los, aufhören den Krieg! Und da ging es schon richtig los. Aua, 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 aua. Was? Nur Assists? Ich hasse Assists. Ja, bitte! Kein Assists! Äh, nachladen sollte ich nicht vergessen. Aha! Upsalala, da sind ein paar wohl weg. Schade. Schade, schade. Ach so, kommen wir nochmal. Ah, hinter mir ist irgendwie was los. Schade. Da ist die kleinen Jacqueline weg, wo sie endlich mal bei mir im Team war. Hoch, Menno. So, ich bin nachgeladen und hoch und geht's. Ah, wo kommst du denn her? Vor allem, warum schaffe ich es nicht, dich zu erlegen? Und werde von dem Boden umgebracht. Auua. Der Feind ist auf der oberen Klaffform. Locken, jetzt für den Erein. Überfordert, 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 überfordert. Na, weiter geht's. Ne, 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 ne. So, ist der noch umgegangen? Ne, der ist über uns. Und hat er mich erwischt? Das war mal. So, 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 so. Komm, 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 komm. Nein. Dank Radar wusste ich, dass da was kommt. Aber, dass es ausgerechnet wieder der Typ mit dem Swarmer ist, war mir nicht bewusst. Ich mag kein Swarmer. Naja, wenigstens etwas. Wenn ich jetzt nicht wieder dem Swarmer mitten in die Hände reinlaufe. Ah. Scheide. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, Jui. Das ist mit einer Jog. Oh, wait. All right, easy. Heckenschütze. So, hier irgendwo muss man... Da kommen sie. Oh, eh. Egal, zwei erledigt. Hihi. Und boing. Genau das, was ich auch machen wollte. Und da hat er mich erlegt. Wir haben einen Swarmer. Bleib zurück und genieße die Schau. Wir haben einen Swarmer. Schön. Also, da, 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 da. Jetzt, querz von dort. Na, super. Dann schießen Sie mich in den Hintern rein. Ah, schade. Werden schon mit dir noch getroffen, Hände? Höh, Subsec. Hast du mich erledigt? Ich werde wiederkehren. Hahaha. Und da war wieder hinter mir noch jemand. Eieieie. Woo, yeah. So, wollen wir mal schauen. Wenn wir doch mal wieder kriegen können. Da ist auf jeden Fall. Wie, mein Mann. Hulalalalalala. Viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Lami Ruhe. Mann, wieso kann er so jump, ey? Mann, ist der Leggy. Man kriegt ihn ja kaum. Oder ist aber nur schnell. Das war wieder eine Halluzination, die ich in dem Moment nicht so erkannt habe. So, hier hoch. Da oben ist irgendwas Größeres im Gange. Wenn du verschwindest. Okay, der ist erledigt. Da oben jumpt wieder einer rum. Und da kamen die EMP. Oh Gott. Da war ich kurz verwirrt und hab in die falsche Richtung geschossen. Sorry. Wir haben euch auf ihrem Radar. Waffen sind sicher. Okay, sie haben uns also auf ihrem Radar. Auch noch. Na gut. Wir haben die alles. Das sind bestimmt verwöhnte, reiche Kinder. Die kriegt die beiden nicht down. Das kann nicht wahr sein. Ja, das ist schön gewesen. Es ist die beiden schön in den Rücken zu schießen. So, vielleicht noch meinen Kollegen vor dem Tod zu retten. Na. So. Hier, für dich. Ja. Zumindest noch ein Assist bekommen. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Dahinten müssen sie alle Ruschlawinen Das kann nicht wahr sein Ich hatte den doch eigentlich schon mehr down als alles andere, er lebte doch kaum noch In Führung ist auch immer schön Danke, hast du ihn hinter gerettet? Boah, wieder! So, keine Ahnung, wo sind die denn hin, die Schlawiner? Wo haben sie sich versteckt? Da ist also wieder einer Na komm, hoch hier Oh, super, ich sehe einen und dann kommt wieder von hinten was Immer wieder von hinten rein, das habe ich doch überhaupt nicht gern Wunderbar, wunderbar, mehrere Tangos Noch 60 Sekunden, Kontentation Ach so, hier So, irgendwo da ist doch einer, wo ist er, wo ist er, wo ist er Bäm, da ist er, den ich eigentlich jagen wollte Noch 29 Sekunden, ja, alles klar Komm, 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 komm Und wieder nur ein Assist Und wieder nur ein Assist Okay Ich weiß nicht, wie gut doch manch anderer Spieler ist Da habe ich mich noch um vieles zu verbessern Aber ich hoffe mal, dass es langsam besser wird Ja, vielen Dank fürs Einschalten Und tja Bis gleich Tschö 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 Gave 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 Gi Gave Vielen Dank.